Tja, die Zeit spielt in unserem Leben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Oftmals hat man Termine, oftmals verpummelt man Zeit oder Ähnliches. Schön ist es dann, wenn ich immer haargenau weiß, wie viel Uhr es ist oder wie viel Zeit ich noch habe. Und das geht mit Funkuhren. Und wir haben gleich zwei hier für Sie in dieser Sendung. Aber jetzt nicht Armbanduhren, sondern, Kathi, das sind Uhren, die ich jetzt unterschiedlichst einsetzen kann, oder? Ja, für zu Hause, für Ihr zu Hause auch, damit Sie immer genau wissen, wie spät es ist. Und ich kenne das auch, wenn man dann nicht weiß, wie spät es ist, dann wird man ganz nervös, alleine schon morgens beim Aufwachen. Wenn man dann so denkt, habe ich verschlafen, wie spät ist es denn jetzt? Und da kommt dieser tolle Wecker hier genau richtig, ein Funkwecker, damit Sie immer genau wissen, wie spät es ist. Schauen Sie mal, wenn man da auch oben so drauf tippt, dann geht auch gleich die Beleuchtung an. Das Tolle bei diesem Wecker ist, Sie sehen hier oben, da ist so ein kleines, hier so ein kleiner Punkt. Das ist ein Helligkeitssensor, das heißt, Sie können diese Helligkeit vom Display jetzt auch angepasst haben. Wenn Sie sagen, das ist mir ja jetzt zu hell, Sie möchten das wirklich immer so ein bisschen angepasst haben, ein bisschen gedimmt haben, dann können Sie hier auch auf diesen Automodus gehen, dann wird das dementsprechend auch angepasst. Das ist hier bei diesem Funkwecker möglich. Uhrzeit natürlich, Funk genau das Ganze, das erkennt man hier auch immer an diesem kleinen Funksymbol im unteren Teil. Dann hat man hier noch sehr schön mit natürlich auch das Datum eingefasst und was ich auch immer ganz wichtig finde, einmal die Temperatur und auch die Luftfeuchtigkeit, also Thermometer, Hygrometer mit verbaut. Also zu Hause auf dem Nachttisch, aber was ich noch viel wichtiger finde, wenn es jetzt in den Urlaub geht, egal in welches Hotel du kommst, da fehlt immer eins, ein Wecker oder ein Nachttisch, ein Wecker auf dem Nachttisch. Und mir geht es so, wenn ich nachts aufwache, bist du ein bisschen zeitlos und dann möchte ich was, wo ich drauf schauen kann. Das kann ich auch gut mitnehmen, diesen Wecker und kann mich dann eben erstens mal nicht wecken lassen im Urlaub, da schlafen wir aus. Aber eben, wenn ich mal aufwache nachts mit Knopfdruck, sehe ich sofort genauestens, wie viel Uhr es ist und das finde ich jetzt auch schön. Aber auch zu Hause natürlich, sehr, sehr handlich, sehr klein, aber auch sehr übersichtlich. Was wir gerade gesehen haben, ist, was bei uns im Studio heute viel zu warm ist, aber die Uhrzeit. Und das ist auch wichtig, auf den Punkt genau, ohne umstellen, auf Normalzeit oder auf Sommerzeit, das macht alles die Uhr automatisch. Und das Spannende jetzt bei diesem Wecker ist, Sie haben zwei Weckzeiten, die Sie einstellen können, also zwei Weckalarme. Und das ist hier bei diesem Modell ganz toll gemacht, ganz einfach in der Bedienung. Sie kennen bestimmt Wecker, wo man das wirklich sehr kompliziert programmieren muss. Bei diesem Wecker ist es sehr, sehr einfach gemacht. Sie sehen hier einmal an der Seite, da steht eins und der Wecker, da mache ich einfach nach oben, on. Und dann sehen Sie hier, erste Zeit, zack, angeschaltet. Und hier auf der Seite zwei, mache ich nach oben, on, dann ist die zweite Zeit angeschaltet. Und schon habe ich eine und die zweite Weckzeit angeschaltet. Ist natürlich schön, wenn ich und mein Partner zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen muss, zum Beispiel. Dann muss nicht der, der zuerst aufsteht, den Wecker neu stellen, sondern du hast ja beide Weckzeiten. Genau, du kannst dann auch eine wieder ausschalten, wenn du das möchtest, zack, dann ist sie dementsprechend weg, wenn du das möchtest. Kannst sie aber auch wieder anschalten, wenn du möchtest. Das ist so toll. Schau mal, wie einfach das funktioniert. Also Sie sehen das, jetzt sind beide angeschaltet, jetzt kann ich hier eine wieder ausschalten, zack. Dann ist da wieder das Datum eingeblendet. So einfach geht das. Also das ist hier so eine tolle Möglichkeit, die man hier hat bei diesem Wecker. Also so kinderleicht in der Bedienung, das ist das Schöne. Also ganz einfach einzustellen, auch die Weckzeiten, die stellt man hier oben an diesen kleinen Rädchen ein. Das ist so kinderleicht und einfach gemacht. Also wirklich sehr handlich, sehr, sehr funktional gearbeitet, dieser Wecker. Also tolle Technik, aber unglaublich einfach in der Handhabung. Als Hauptwecker bei Ihnen zu Hause oder als Reisewecker natürlich bestens geeignet. Nochmal, eine Funkuhr, zwei getrennt eingestellbare Weckalarme, ein Hygrometer, ein Thermometer, ein Lichtsensor ist drin. Und das Ganze für 9,41 Euro. Also wenn Sie einen neuen Wecker brauchen oder demnächst auf Urlaubsfahrt gehen, das ist ein toller Begleiter hier. Weil eben Wecker kann man da weglassen im Urlaub, da müssen wir uns nicht weglassen. Es sei denn, wir machen mal einen Tagesausflug. Aber die Uhrzeit ist für mich immer wichtig und hier habe ich sie punktgenau. Die Bestellnummer ist die NX5794 und die 569 und für 9,41 Euro kommt dieser Wecker in zwei, drei Tagen zu Ihnen nach Hause. Also ich finde es richtig schön, natürlich auch durch diesen Sleep-Modus. Also nachts hast du kein störendes Licht, sondern immer nur, wenn du oben leicht drauf drückst, dann bekommst du kurz die Uhrzeit angezeigt. Mit hellen Lichtern, mit diesem Neonblau. Also wunderschön für 9,41 Euro. Nagelneu bei uns im Programm. Ich glaube, mit der besten Technik, die es überhaupt gibt, was heutzutage kleine Wecker angeht. Aber ich habe gesagt, wir sprechen über verschiedene Uhren. Und jetzt wären wir um einiges größer. Jetzt sprechen wir nämlich von einer wirklich wunderbaren Wanduhr. Ja, eine Wanduhr aus dem Hause St. Leonard, die wir jetzt hier anbieten dürfen. Und die ist ganz beliebt auch hier bei uns im Programm. Deshalb da bitte schnell zugreifen, bevor die wieder ausverkauft ist. Sie bekommen jetzt bei uns den TV-Sonderpreis von 28,41 Euro. Auch hier sprechen wir von einer Funkuhr. Und gerade Funkuhren in dieser Größe als Wanduhr, die liegen normalerweise so ab 40, 50 Euro aufwärts. Deshalb sind wir da schon bei einem tollen TV-Sonderpreis. Hier St. Leonard, dieses Bahnhofsuhrendesign, sehr gut abzulesen, auch von weiter weg. Und Ihnen fällt direkt etwas auf. Wir haben hier so eine ganz dezente, leichte Beleuchtung im hinteren Teil. Und die macht diese Uhr auch bei Dunkelheit sehr, sehr interessant. Denn da kann man die fantastisch ablesen. Auch wenn es ein bisschen dunkler ist, auch wenn man mal nachts aufsteht zum Beispiel. Da kann man die ablesen. Und Sie können dieses Licht jederzeit an- und ausschalten. Sie können hier dann auch einen Dämmerungssensor anwählen, also eine Einschaltautomatik. Dann geht dieses Licht automatisch an, sobald es dunkel wird, wenn Sie das möchten. Ja, was ich hier ganz besonders beeindruckend finde, ist, dass diese Uhr fast nicht zu hören ist. Wir kennen das. Wir sind im Bett und irgendwo hängt eine Wanduhr, die ganz, ganz laut Tick-Tack-Tick-Tack macht. Ja, das ist hier nicht der Fall. Die ist also fast nicht hörbar. Und was ich auch noch schön finde, und deshalb habe ich selber mal die persönliche Erfahrung gemacht, wenn du eine Uhr suchst, um Kindern das Uhrenlesen beizubringen, findest du fast nur noch Uhren, die haben maximal vier Ziffern drauf oder römische Zahlen oder irgendwelche Symbole. Aber hier sind wunderbar auch die Zahlen angeordnet, also auch für das natürlich hervorragend geeignet. Das ist nur so eine Nebenfunktion. Aber das hier ist auch, Sie sehen es jetzt ganz schwach in der Beleuchtung, das ist auch ein sehr, sehr angenehmes Nachtlicht, wenn du den Dämmerungssensor eingeschaltet lässt. Das ist so schön, weil ganz oft steht man nachts auf und ist dann vielleicht in einem Wohnzimmer unterwegs oder geht dann durch den Flur und denkt sich, ach, wie spät ist es denn jetzt? Und ehe man dann großes Licht anmacht oder so, hier hat man die Uhrzeit immer im Blick, selbst wenn man dann nachts aufsteht, aber ganz dezent natürlich. Das ist wichtig, also nicht so, dass Sie da hochschrecken, sondern eine ganz dezente, eine sanfte Beleuchtung, die Sie hier haben bei Ihrer Uhr, in diesem beruhigenden Grün auch gehalten. Und dann hier natürlich hervorragend abzulesen, immer die Uhrzeit. Die Größe vielleicht noch wichtig, 30 Zentimeter Durchmesser haben wir hier und das wieder mal eine funkgenaue Uhr, übrigens Funkuhren erkennen Sie immer an diesem Symbol. Da ist dieses Antennensymbol, das ist auf jeder Funkuhr irgendwo untergebracht. Wir haben es gerade vorhin auch beim kleinen Wecker gesehen, hier ebenfalls, also kein Umstellen mehr derzeit. Und wenn, sollte die aus irgendeinem Grund mal ein bisschen vor oder ein bisschen nachgehen, stellt sie sich automatisch wieder ein, das Ganze nach der Atomuhr. Für 28,41 Euro für eine so tolle Funkuhr, das ist wirklich mal ein Schnäppchen. Holen Sie sich nach Hause. Laufruhe, Dämmerungssensor mit drin, funkgenaue Uhrzeit und ein schickes Design. Also man sagt so, oftmals hört sich das so abwertend an, Bahnhofsuhrendesign. Aber ich finde diese Bahnhofsuhren unglaublich schick. Ich mag die auch total gerne, wir hatten immer so eine Uhr, genau so eine hier in der Küche hängen. Ich finde das wichtig in der Küche, gerade bei uns damals auch, wir waren ja alles Kinder, mussten uns morgens immer beeilen, sputen beim Frühstück, damit wir alle rechtzeitig in die Schule kommen. Und da hat unsere Mama dann auch immer gesagt, hier guckt immer auf die Uhr, wenn ihr frühstückt, dass ihr alle dann rechtzeitig in die Schule kommt, dass ihr alle rechtzeitig losgeht dann auch. Und da hing immer so eine Uhr. Und das verbinde ich immer ein Stück weit mit meiner Kindheit auch, wenn ich so eine Uhr sehe. Das ist für mich was ganz, ganz Schönes. Also ich habe immer ein ganz positives Gefühl, wenn ich so eine Uhr sehe. Ich mag die unheimlich gerne. Also holen Sie sich die Uhr nach Hause, ob als Erinnerung oder einfach nur, um immer pünktlich zu sein, weil Sie wissen, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Die MC-NC 7088 und die 569, das ist die Bestellnummer und der Preis unter 30 Euro für diese wunderbare Funkuhr. Also da wissen Sie genau, welche Uhrzeit Ihnen geschlagen hat. Ja, deshalb gleich in die Leitung gehen, liebe Zuschauer. Also hier fantastische Möglichkeiten, den Wecker mit diesen zwei tollen Weckzeiten, der so einfach zu bedienen ist. Und dann hier unsere wunderschöne St. Leonhard Funk Wanduhr, die ist so beliebt, vor allem für unter 30 Euro. Oh ja, da können Sie auch gleich zwei bestellen, wenn Sie möchten. Jetzt zugreifen.